Moin Moin, liebe ElbkickTV-Fans, zum X-Tipp Spieltagstipp. Neben mir sitzt Tamin Yusuf Zai von Ham United und wir tippen heute den 26. Spieltag der Landesliga Hansa. Endspurt in der Liga. Fangen wir an mit der ersten Partie, die lautet Klub Kosova gegen Voran-Ohe. Ich glaube, das wird eine Überraschung. Ohe macht's, Agit Aydin trifft. Also 1-0. Nächste Partie ist SV Altengame gegen VfL Brügge. Lobrügge hat einen guten Lauf. Ich denke, die machen das auch. 0-2, Abdulhafiz doppelt. Da würde er sich freuen. Nächste Partie ist FC Bergdorf 85 gegen Basbüttler SV. Basbüttel, das sind ja eigentlich nur Auswärtssiege. Basbüttel macht's auch. 0-2, Elir trifft auf jeden Fall. Was mit Eddie Oering? Eddie Oering macht auch eins. Alles klar. Nächste Partie ist SCVM gegen Desmysburg, dein alter Verein. SCVM. Ja, SCVM. Ich hoffe, dass die nicht absteigen, aber ich glaube, gegen Desmys wird's ein bisschen schwerer. 1-2. Felix Rea trifft zum 1-0, aber Lamin und Zeru machen das. Das wäre eine Überraschung mit Felix Rea. Nächste Partie ist Kroatia gegen FC Elasig-Spor. Elasig 0-2. Kennst du irgendwen da? Ja. Oder zu viele Leute? Zu viele, aber ich weiß gar nicht, wer genau. Ich hoffe, Herbert trifft, wenn er spielt. Fatih Gürrel kann auch knipsen. Schauen wir mal, wer trifft. Nächste Partie ist SC Schwarzenbeek gegen Bramfelder SV. Ich denke, das wird ein 2-2. Keine Spieler bekannt. Keine Spieler bekannt. Aber jetzt bei der entscheidenden Partie ist vorwärts Wacker Bild steht auch, dein alter Klub, gegen Ham United. Wie geht das Spiel aus? Das wird ein Sieg für uns. 0-3. Einmal Sunti, einmal Chris und einmal Ludin. Und du nicht? Nee, ich bin kein Knipser. Alles klar, danke dir.